Herzlich Willkommen bei mir auf meinem Kanal. So, heute mal wieder aus dem Notfallbüro oder Studio, wie auch immer man dazu sagen kann. Beginnen möchte ich mal mit einer guten Meldung und zwar am 23. März, jawohl, um 16 Uhr startet der Kickstarter Mercenaries. Das hat natürlich unser Easy gepostet auf der HPG-Station. Also mehr Infos da auch bei Easy, egal zu welchem Thema. Da gibt es auch zum Beispiel einen Einsteigerleitfaden, der immer echt toll ist. So, dann ist mir noch was diese Woche aufgefallen und zwar stehen hier so drei Macs oben und zwar unser Mars Mac, den ich ja vorgestellt hatte letzte Woche und zwei Archer. Es stand jetzt die Frage im Raum, wie jetzt der Größenunterschied ist zwischen einem Archer, oder besser gesagt zwischen einem schweren Mac von Catalyst und eben halt diesen schweren von Deathray Design. So, der Unterschied ist nicht allzu gravierend, der wirkt eher ein klein oder ein bisschen kleiner als wie der Archer zum Beispiel. Wenn man das sich hier so anschaut im Vergleich, da müsste man hier mal kurz gucken und hoffen, dass es scharf gestellt wird. Jawohl. So, aber dann ist mir ja noch etwas aufgefallen. Der blaue hier kommt aus der Wolfs-Dragonaus-Box. Der graue hier kommt aus der Kommandolanze. Also, das ist jetzt etwas dunkel, ein bisschen blöd, hier sieht man den so und hier der von den Dragonern. Wenn man jetzt beide direkt im Vergleich hat, das Foto wird natürlich jetzt eingeblendet, das sieht man auch hier, fällt doch folgendes auf. Also, unser aus der Kommandolanze ist bulliger als der von den Wolfs-Dragonern. Also, da haben wir hier auch schon mal einen Produktionsunterschied. Wir haben zwar eine andere Pose, nur die Beine ein bisschen anderser, aber halt auch von der Optik her total anderser. Die Frage ist jetzt, ist das gewollt oder haben wir da einfach nur einen Hersteller gewechselt? Also, das war überraschend. Also, am Anfang ist mir gar nicht so aufgefallen, was hier passiert ist. Und ich muss auch sagen, na gut, von den Details geht es, aber es ist erstaunlich. Er wirkt etwas schlanker, der Dragonermick. Tja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, aber ihr seht schon selber, wahrscheinlich wurde hier der Hersteller nochmal gewechselt oder der Produzent oder eine Form geändert, keine Ahnung, damit das eben halt wieder qualitativ hochwertig ist, weil die meisten, oder besser gesagt, ihr wisst ja selber, nach einer gewissen Zeit sind die Gussformen dann nicht mehr so toll und funktionieren dann auch nicht mehr richtig. In Ordnung. Okay, kommen wir noch zu einem anderen Thema. Und zwar, Benadet 3D ist ja quasi eine gute Bezugsperson für meinen Kanal oder der Shop selber. Ich habe ja schon das ein oder andere Geländestück von ihm erworben. Im Flughafen, dann die ganzen Sponsorsachen, die ich von ihm bekommen hatte. Seit einiger Zeit gibt es ja auch Steel Warrior oder Hextech bei ihm. Das schauen wir nochmal ganz kurz uns an. Das ist ja nochmal bei Benadet 3D im Shop. Ihr wisst ja, er hat seit einiger Zeit die Steel Warrior Serien mit drin. Das finde ich schon echt cool, was jetzt hier ist. Wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt. Er hat hier Überraschungspakete zusammengepackt. Das sind so Teile, die glaube ich, ja B-Ware, genau, steht vor meiner Nase, die nicht ganz in Ordnung sind. Und die verkauft ihr hier als Überraschungsware. Finde ich nicht schlecht. Um was es mir eigentlich hier eher geht, ihr habt ja hier die ganzen Hextech-Serien jetzt mit dabei. Zum Beispiel den Industriekomplex. Da habe ich mir auch mal gesagt, ich kaufe mir mal das Starterpaket. Also besser gesagt, da sind dann hier die Kosten geteilt zwischen mir und Benni. Das wird dann ein gemeinsames Video nächste Woche. Daran arbeite ich noch. Aber ich finde schon cool, was es hier alles so gibt, wie man seine Platte aufmotzen kann. Vor allen Dingen, okay, leider kommt das hier nicht so gut rüber in der Lupe. Ihr habt hier auch Hexe. Die dürften auch für euer Hexfeld passen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann ist. Hier so eine Windradform. Also sind schon geile Sachen, die es hier gibt. Und dementsprechend, Front Operation Steel Dawn hat er jetzt auch angekündigt gehabt, was es da für Sets gibt. Hier gibt es hier zum Beispiel eine schöne, tolle neue Festung. Wirklich der Hammer, was es hier zu kaufen gibt. Also das ist ja, hier wird man richtig arm. Dieses Overpass-System wäre vielleicht auch nicht schlecht mal. Oder so ein Highway. Ach, es gibt eben halt tausend schöne Sachen. Also wie gesagt, ich wollte hier nochmal darauf hinweisen. Es gibt viele tolle neue Sachen, die er jetzt wieder verfügbar gemacht hat. Aber wer noch was braucht, einfach mal reingehen. Und wie gesagt, das Industrial Power, nein, nicht das, den Industrial Power Komplex, den werde ich euch nächste Woche einmal kurz vorstellen. Und man muss auch sagen, das ist schon eine große Verantwortung, die Benni ja hier hat. Er macht es ja quasi in Lizenz, muss auch einen sehr guten Drucker mit zur Verfügung stellen, damit eben halt die Qualität von Steel Warrior gehalten wird. Und ich finde das schon sehr faszinierend. Und es ist halt auch immer blöd, dass da mein Taschengeld immer so drauf geht. Aber na gut, das ist eben halt so, wenn man so ein Hobby hat. Ich möchte dann, wie gesagt, euch diesen Industriekomplex vorstellen, den ich mir gekauft habe. Werde ihn dann auch bemalen und vielleicht da auch die Speedpaints mal testen, ob das dann geht, so wie ich es mir denke. Nichtsdestotrotz schon mal ein Vorab-Teser. Ich möchte noch eine Nikolaus-Verlosung machen, sozusagen quasi in der vorweihnachtlichen Zeit. Da habe ich schon einen Sponsor gefunden, wer das ist. Verrate ich euch dann später, wenn es soweit ist, mit tollen Preisen. Merkt euch dann mal am besten den 6.12. vor. Ihr habt dann diesen Tag, am Nikolaustag, die Chance, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. Das wäre dann quasi, ja, eure Nikolaus-Weihnachts-Überraschung. Also da das Datum einmal vormerken bitte. Wer natürlich von euch die MacForce Germany Facebook-Seite kennt, dem ist natürlich aufgefallen, dass ich selber nicht mehr poste. Warum ist das so? Ist da irgendwas passiert? Jein, also nichts Böses, nur was Technisches. Elfer hat mir erklärt, oder Elric, könnt ihr beide Pseudonyme nutzen. Ich bin einfach nicht mehr aufzufinden. Das ist schon mal ein bisschen merkwürdig, weil die Benachrichtigung der MacForce-Seite bekomme ich ja in meinem Privataccount hier, also Ulrich Kerenzke. Das ist kein Thema mehr. Ich selber kann dort nichts mehr posten, habe dort keine Rechte mehr, keine Verlinkung, nichts. Dementsprechend kann ich leider auch nicht meine Videos rüberbringen. Ist halt Pech. Schade auch ein bisschen, weil es doch eine recht gute Range war für mich, euch das da auch mal zu zeigen. Und ja gut, schauen wir mal, wie es weitergeht, ob der Fehler gefunden werden kann oder nicht. Bisher sind drei Leute dran gewesen, sie haben es nicht gefunden, was da falsch läuft. Und ich selber weiß auch nicht so recht, wo da der Hund vergraben liegt. Also das ist merkwürdig. Okay, das war es dann für heute. Ihr habt ja letzte Woche auch mitbekommen, die MacShorts laufen jetzt wieder mittwochs. Ich musste mir mal überlegen, wie ich das mache. Ich möchte da immer so jeden Mittwoch jetzt erst mal zwei Shorts mit reinstellen. Und ja, wie ich das von der Uhrzeit mache. Ihr könnt ja mal vielleicht unten rein tickern, was euch so taugt, wo ihr denkt, okay, das passt. Vielleicht mitternacht, vormittags, nachmittags. Also wenn ihr wollt, schreibt es mir einfach rein. Ich lasse mir da was einfallen, wann es am besten für euch ist. So, das war es dann für heute. Ich danke euch, dass ihr hier gewesen seid. Hat euch das Video gefallen? Daumen nach oben, wenn nicht schlecht. Vielleicht lasst ihr noch ein Abo da. Und wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal. Ciao, ciao, bye, bye, sagt euer Ulrich. Macht's gut, Leute. Macht's gut, Leute.